Hier ist Jenny mal wieder. Könnt ihr euch vorstellen, was hier drunter ist? Sollen wir mal das Geheimnis lüften? Du bist jung und hip, modern und fashion bewusst, sportlich und dynamisch? Dann ist das CLA Coupé genau das richtige Fahrzeug für dich. Ich stelle euch heute das neue CLA Coupé vor. Besonders herausragend sind die vier, vor allem die Radlose, Türen, die wirklich sehr elegant wirken und dadurch auch sehr leicht. Besonders schick ist auch das muskuläre Heck mit den geteilten Scheinwerfern, wodurch man eine breitere Ladefläche erreichen kann und mehr verstauen und mehr kaufen kann. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht auf den AMG Sportsitzen, die wirklich sehr schick und sehr bequem sind. Dann wollte ich euch schnell das Interieur zeigen mit der schönen Ambientebeleuchtung, dem Widescreen Touch Display und herausragend ist natürlich einfach das MBUX. Falls ihr jetzt auch Interesse an dem CLA Coupé bekommen habt, der übrigens noch viel mehr zu bieten hat, als das, was ich euch gerade gezeigt habe, dann kommt doch bei Beresa vorbei. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 雨 Musik Musik Vielen Dank.